Wir gehen von Meier, von Meier und die OSG Martin Haseworn. Er ist auch noch gesteuert mit Martin Skröder dabei. General Arzt, Junge Kopffahrer. Wir nehmen die erste Startaufstellung. Und Meier von Meier und die OSG Martin Haseworn. Meier übernimmt die Führung. Die Strecke ist ein bisschen weit. Und wir sind gewässert worden. Denn die Geholze ist auf der Straße. Und wir haben die erste Startaufstellung. Und wir haben die Momentanikung. Dann gibt es der PS-Welle von Maas und Wohl. Schröder und auch der Kilo Holz kommen da nicht ran. An das Fahrzeug vom V&E Racing Team. Das hier in einer harte beraubenden Geschwindigkeit unterwegs ist. Meier vom V&E Racing Team weiterhin auf Position 1. Und dann kommt jetzt hoch. Und dann geht es auf der Kilo. 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 Mit kann man das jetzt forsaken müssen. Aber es geht ja nicht weiter. Ja, hier, hier, wieos die Almightyti. Der Kilo Hitler. Meier, der PS-Welle von Maas und Wohl. Und alumn tensor. Und dann sagt mir, dass wir was herausgefahren die Geräusche vor. Doch, das ist nicht Pop applies. Hier ist alles. Und dann geht mal die Bulli. Da ist es alles so. Und dann werden einmal die۔ Das Wernstück vom Baden Käfen. Die anderen beiden, das sind die Flöhrmächte, das sind Schröder vom Auto aus dem Klubplatz und Danielo Holz von den Roten. Und der blaue Wagen vom Fähre der US-Pi-Fertig auf Schiedeln durch die PS-Wölle vom Warnsepol holt sich ganz klar das Sieg. Die Startnummer 133, Martin Meier auf 1, jetzt Schröder auf den 2-Wählern-Fahrzeuge vor und verrundet durch Danielo Holz von Roten. Jetzt kommt er noch einmal zurück und holt sich trotzdem noch den dritten Platz, aber das blaue Fahrzeug vom P&E Racing Team fuhr hier auf Schiedeln durch die PS-Wölle vom Warnsepol.